Bei der Arbeit im Kinderdorf gefällt mir am meisten, dass man hier jeden kennt. Es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Man kommt mit dem Grinsen zur Arbeit, wird von jedem gegrüßt. Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt untereinander auf die anderen Häuser ist einfach immer Verlass. Und für mich ist es die familiäre Atmosphäre, die das Kinderdorf ausmacht. Heute war ich schon Koch, Fußballtrainer und Hausaufgabenbetreuer. Und morgen bin ich vielleicht Fahrradmechaniker, Seelsorger oder DJ. Zu erleben, wie die Kindergartenkinder zu Schulkindern werden, Kleinkämpfchen im Alltag und dann zu sehen, wie sie in ihre Selbstständigkeit gehen, das ist das Wunder des Kinderdorfs. Hi, wir sind eine von zwei Neustartenden Kinderdorffamilien im Allerzweizer Kinderdorf in Weidenburg und möchten in unserem Haus sechs Kindern, die nicht in ihren Herkunftsfamilien leben können, ein Zuhause geben. Ich bin Teil der neuen Familie und starte hier ab September meine Ausbrüche. Die Arbeit mit den Kindern ist total vielfältig. Und der hier, der ist auch dabei. Wir kochen. Wir spielen zusammen mit uns auf unser Kind und Hund. Wir hören zusammen Musik und machen Party. Wir malen und basteln gemeinsam. Und können uns helfen bei Windeln wechseln. Wenn du also einen sozialen Studiengang abgeschlossen hast oder den Beruf des Erziehers gelernt hast, dann freuen wir uns auf dich. Stell dich der neuen Herausforderung und wir wünschen dich. Wir gehen ins Bett und die Erwachsenen sagen uns guten Nacht. Ich bin schon fast eingeschlafen. Machst du das Licht aus? Psst! Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung.